Ja, Nagelpilz halt, ne? Ganz gefährlicher Pilz und ich glaube mal, der wird irgendwann die ganze Welt vernichten, ne? Hat man ja, ne, so im 14. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, gab es ja die große Nagelpilz-Seuche. Ja, es gibt wieder eine wunderschöne Straßenumfrage von FrechTorke. Da gucken wir mal rein, ne? Wie unsere deutsche Jugend sich hier schlägt. Bestimmt super gut. Wir machen noch einmal mit bei der Straßenumfrage. Ne, bitte nie mehr. Aber unter Einbedingung. Ne, bitte nie mehr. Gut, die Bedingung ist, ihr kriegt 50 Euro, macht eure Nägel, geht shoppen, geht ein Eis essen und ihr macht keine mehr. Was haltet ihr davon? Das wäre doch, das wäre doch ein Deal, ne? Werden immer für dumm dargestellt, so miesig, weiß ich was meine? Verletzt du meine Nägel, verletzt ich deine Nase, wala, schwöre. Alles klar, ihr braucht keine Angst haben. Wir haben diesmal extra Fragen rausgesucht, die nicht ganz so schwer sind. Wala, schalabalane. Schwöre, du kannst doch auch mal ein bisschen mehr verlinken. Wir sind TikTokerinnen. Schwöre, das interessiert den Kir gar nicht. Der will einfach nur sein Video machen und über uns lachen. Stimmt, ein paar Fragen, die auch ein Halbwächsen, den er auch einen Mensch mal beantworten kann. Genau, auch einen Mensch. Genau. Frage Nummer 1. Welches Tier ist das größte Säugetier der Welt? Ne, das kann kein Mensch beantworten. Das geht nicht. Woher soll ich das wissen? Soll ich jetzt hier draußen mit einem Inial rumlaufen und erstmal hier messen oder was? Jedes einzelne Tier vermessen und dann am Ende sagen, nach drei Jahren, ja, das ist das größte Tier. Das kann doch kein Mensch beantworten. Woher soll ich denn das wissen? Woher soll ich denn so ein großes Inial finden? Denkt mal drüber nach. Woher soll ich denn jetzt wissen, was das größte... Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Meerschweinchen, was drei Meter groß ist. Woher wollt ihr das wissen? Wäre zwar immer noch nie das größte, aber es könnte ja trotzdem irgendwo sein. Ne? Das kann kein Mensch beantworten. Das geht nicht. Hat dein Fresse, das wissen wir, Senin. Hier, der eine. Den aus dem Film, den wir gestern gesehen haben. Den mit den großen Zähnen? Den so groß ist wie ein Haus. Zytanodosaurus. Zytanodosaurus Rex. Das ist ja ein Dinosaurier. Ich wollte wissen, welches Tier jetzt das größte auf der ganzen Welt ist, okay? Achso, das hätte man ja auch sagen können. Dinosaurier sind gar keine Säugetiere. Frage Nummer 2. Bei einer Ampel gibt es ja drei Farben. Rot, Grün... Was bist du für ein Hund, Wala? Das Schuhe, was muss ich jetzt kommen so mäßig Babyfragen so. Was sollen jetzt Babyfragen mit uns? Wofür steht die Farbe Gelb? Oh! Tja, schwierig, ne? Draufhalten. Draufhalten. Einfach draufhalten. Gelb bedeutet draufhalten. Ganz einfach, ne? Grün bedeutet, wenn du möchtest, kannst du fahren. Und Rot bedeutet, naja, fahr trotzdem, aber achte ein bisschen auf deine Umgebung. Weil es könnte ja gegen den Verkehr kommen oder andere Dinge. Ein Esel könnte über die Straße laufen. Ein Elefant könnte vielleicht gerade eine Grünfaser haben als Fußgänger. Aber Rot ist halt so, naja, pass ein bisschen auf. Pass ein bisschen auf. Und Gelb, naja, fahren. Einfach draufhalten. Einfach, ne? Könnte was passieren, aber eigentlich, ne, ist noch nie was passiert. Das ist eine Scherzfrage. Das ist so eine Scherzfrage, ich höre. Gelb, Rot, bei Rot muss man stehen, bei Grünen, was Gelb, wo Gelb? Die will uns verarschen, Alter, aber nicht mit uns, nicht mit uns. Frage 3. Wie heißt das Virus, das für Aids verantwortlich ist? HSV. Frage 4. Wie lautete der Hitlergruß, mit dem sich die Nazis im Dritten Reich begrüßt haben? Hi Hitler. Könntest du das noch etwas genauer sagen? Hi Hitler. Sowas wie Hallo, Hi, Hi Hitler. Frage 5. Wie fragt man nach dem Prädikat? Hey, der, die, das? Darf ich bitte den Prädikat haben? Ja, das war ja, Celine, das läuft ja leider wieder nicht so gut bei euch. Haben wir noch gar nichts, richtig? Nee, nee, leider noch nicht. Das liegt an dir, Celine, weil du gestern wieder Hauptwache chillen wolltest. Halt dein Fressen. Halt du dein Fressen. Frage 6. Welcher Pilz ist giftig? Den ich mir geh so an, reingeschrieben habe, schön. Ja, Nagelpilz halt, ne? Ist so. Tötet, äh, Lebewesen. Ganz gefährlicher Pilz. Und ich glaube mal, der wird irgendwann, äh, die ganze Welt vernichten, ne? Hat man ja, ne, so, im 14. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, gab es ja die große Nagelpilzseuche. Und man hat es ja gesehen, ne? Halbe Weltbevölkerung, dahin gerafft. Ne? Nur weil einer schwimmt war und Nagelpilz hatte. So schnell kann sich das verbreiten. Hör, ich habe eine ganze Hauptwache vollgekutzt. Wie lautet die Hauptstadt von Spanien? Real Madrid. Berlin. Oh, das ist fast richtig. Lass ein Wort davon weg, dann hast du die Antwort. Äh, äh, Real. Frage 9. Ein männliches Pferd nennt man? Horst. Ähm, ja, so werde ich halt immer genannt. Deshalb weiß ich das. Ähm, Long Don Johnson. Ne? Denk mal drüber nach. Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wie hieß der letzte Bachelor? Dominik! Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Giovanna. Vielen Dank, dass du wieder hier hochgekommen bist. Giovanna, hier, ich verlinke alles, ne? Ihr könnt, guckt unbedingt rein. Sie macht noch ganz viel von Céline. Achso, Céline. Céline, schwuppe. Und sie ist nicht wirklich so. Für die Leute, die sehen, können sie es nicht wirklich... Oh Gott. Liebe Grüße, danke schön, tschüss. Danke schön, tschüss. Achso. Das ist doch ein Céline-Shore. Oh nee, das ist... Das ist ja alles nur Fake und das ist ja alles... Gar nicht real. Ich dachte, das wäre eine echte Straßenumfrage. Ich dachte, die ganze Zeit, das wäre eine echte Straßenumfrage. Ja, da wurde ich schön verarscht von den Medien wieder. Da wurde ich wieder schön hinter sich geführt. Natürlich, bei mir war es ja auch die ganze Zeit... Ich wusste alle Fragen. Ich konnte alle beantworten. Es war natürlich auch nur Show. Es war ja alles... Ne? War halt alles nur Show. Ich würde sagen, das vergessen wir uns einfach, das Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Und das werden wir jetzt einfach, ne? Habt ihr nicht gehört. Ne? Einfach überspringen. Einfach überspringen das Video einfach. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst Wortschreiben da. Lasst Kommentare da im Original-Video. Lasst Abos da. Und lasst vor allen Dingen getragene Unterhosen da. Würde mich mega freuen. Und Frech-Torger, denke ich mal auch. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss. Bis dahin, haut rein.